Das Schweizer Sportsystem steht vor erheblichen gesellschaftlichen, ökonomischen und technologischen Herausforderungen. Zugleich bietet die Zusammenarbeit zwischen den Hochleistungsbereichen Sport, Wirtschaft und Wissenschaft großes, aktuell noch ungenutztes Potenzial. Swiss Olympic hat deshalb das Projekt Schweizer Olympiapark ins Leben gerufen. Ein Ökosystem, das innovative Kräfte und Kompetenzen zusammenführt. Das Projekt verfolgt drei Wirkungsziele. Erstens, bestehende Potenziale und technische Innovationen besser nutzen und die Schweizer Akteure aus Sport, Wirtschaft und Wissenschaft systematischer vernetzen. Zweitens, Schlüsselpersonen bei Verbänden entlasten, indem das Projekt komplexe Aufgaben und Prozesse übernimmt oder wichtige Anwendungen erarbeitet. Drittens, nachhaltig glänzende Medaillen ermöglichen, indem der Schweizer Olympiapark den Verbänden hilft, stetig steigende Erwartungen zu erfüllen. Zum Beispiel an eine nachhaltige Entwicklung von Sportkarrieren oder bei der Planung und Durchführung von Großanlässen. Ein Herzstück, um diese Ziele zu erreichen, ist ein digitaler Exchange Space, eine Austauschplattform, die alle Beteiligten miteinander verbindet. Die Plattform ermöglicht einerseits unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit den Austausch von Daten und Informationen. Andererseits bietet der Schweizer Olympiapark darüber Dienstleistungen und Lösungen an, die von allen genutzt werden können. Zum Beispiel ein digitales Gesundheitsdossier für die optimale Betreuung von AthletInnen oder die digitale WorkID für den einfacheren Berufseinstieg nach dem Spitzensport. Ein zweites Herzstück, um diese Ziele zu erreichen, sind die sogenannten Hubs, in denen Lösungen zu wichtigen Themenfeldern erarbeitet werden. Im Performance Hub geht es um die ganzheitliche Leistungsentwicklung von AthletInnen. Im Management Hub um die Entwicklung und Einführung von neuen Führungs- und Zusammenarbeitsmodellen. Im Athlete Hub um die professionelle Begleitung der AthletInnen während und nach ihren Leistungssportkarrieren. Jeder Hub soll einerseits das in der Schweiz vorhandene Wissen, die bestehenden Angebote und existierenden Infrastrukturen besser miteinander verbinden und für alle einfacher sicht- und nutzbar machen. Andererseits sollen die Hubs bewirken, dass sich die führenden Köpfe und Organisationen unseres Landes regelmäßiger und systematischer vernetzen, um gemeinsam an neuen Lösungen für die zukünftigen Erfolge zu arbeiten. Auf diese Weise trägt der Schweizer Olympiapark dazu bei, die Kultur im Schweizer Leistungssport stärker in Richtung Kooperation und Kollaboration zu entwickeln und so zukunftsfähiger zu gestalten.